Der Stürmer sagt zum Trainer, Trainer, ich treff' der Tour nicht. Der Trainer sagt zum Stürmer, Stürmer, du triffst den Ball nicht, ne? Ne, das muss aber unter uns bleiben. Da sagt der Trainer, dat is'n Ball. Und der Stürmer sagt, kann ich den nochmal sehen? Und der Trainer sagt, also ist es anlaufen, Augen schließen, Hymne singen, abziehen. Und dann guckt und man der Ball macht. Rollt er nach links, is' alles in Ordnung. Rollt er nach rechts, is' auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann is' der Mond drin. Dann is' der Mond drin. Die Schwester sagt zum Doktor, Doktor, der Patient, der sagt nix. Der Doktor sagt zur Schwester, Schwester, das macht nix. Ne, das muss aber unter uns bleiben. Da sagt der Doktor, dat is'n Spritz. Und die Schwester sagt, kann ich den nochmal sehen? Und der Doktor sagt, also ist es Hose runterseitig, lagern, desinfizieren. Und dann hinein. Rollt er nach links, is' alles in Ordnung. Rollt er nach rechts, is' auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann is' der Mond drin. Dann is' der Mond drin. Der Geselle sagt zum Meister, Meister, is' das Strom drin? Der Meister sagt zu dem Gesellen, weiß ich nicht. Ne, ne. Das muss aber unter uns bleiben. Dann sagt der Meister, dat is'n Draht. Und der Geselle sagt, kann ich den mal anfassen? Nein. Als erstes Lehrling rufen und dann gibst du den dann in die Hand. Und dann einschalten, rollt er nach links. Is' alles in Ordnung, rollt er nach rechts. Is' auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann is' der Mond drin. Dann is' kein Strom drin. Dann is' der Mond drin. Dann is' der Mond drin.